So bei diesem Mäuschen, ich bin's wieder, euer Katja. Katja? Kasavitsch. Achso. Aber Gnu, weißt du noch damals, Grundschule, wo ich Pausenbrot geklaut hab von dir? Nein, aber weißt du noch damals, wo ich dir Memes zeigen wollte und du kanntest sie teilweise gar nicht? Und jetzt, und heute leben wir das einfach, heute leben wir das. Ja, das stimmt. Heute machen wir wieder eine Nicht-Lachen-Challenge. Oh, okay, geil. Genau, eine Nicht-Lachen-Challenge. Also du, was mir letztes Mal aufgefallen ist, vergiss immer, dass du nicht lachen darfst. Ich vergesse, dass ich nicht lachen darf, aber heute... Ja, du musst jetzt mal dran tunken, dass du wirklich nicht lachen darfst. Genau. Und dich auch wirklich daran halten und nicht einfach immer lachen. Ja, nicht einfach lachen. Der Rezo, by the way, ich hab ja mit ihm mal gespielt und ich hab gewonnen, wir haben um Geld gespielt. Warte, why ever? Und der hat mich ausgezahlt, der hat mir 700 Euro gegeben. Echt? Der hat mir einfach 700 Euro gegeben. Ich war so perplex, ich war einfach so verwirrt. Das Video ist von meinem Lieblingskanal, der lädt aber mittlerweile nur noch einmal im Jahr hoch, leider. Und deswegen heute ganz specialiges Video, ganz, ganz specialiges Video. Ich versuch jetzt wirklich mal ganz hart zu bleiben, ja? Kennst du das? Du? Ja. Immer noch funny. Nicht lachen, Jun. Nicht lachen. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Ja. Oh, da gebe ich jetzt hier aber richtig Mühe. Oh, Takeshi's Kast. Ich hätte so Bock. Oh, no. Oh. 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 Oh, Gott. Oh. 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 Aua. Ich weiß auch nicht kaputt geht. Oh, man. Oh Unangenehm Ey, das ist genau wie bei mir, das ist genau wie in Singapur, nicht in deutsche Wörter und die hören einfach nicht auf, dieses Wort auszusprechen, die sprechen es halt so, die ganze Zeit so ganz energisch falsch aus. Das ist aber voll süß. Wenn ich so sage, so, JSA German Sentence, dann sage ich so immer, ja, er hat den Bus verpasst, er hat, 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 die ganze Zeit, und ich denke so, boah, haltet eure Fresse, ey. Aber ich glaube, ich bin genauso, wenn ich Chinesisch versuche, es zu sprechen. Sag mal einen Satz. Hm, ich habe keine Ahnung. Ah, es hat sich gut angehört. Ja, danke. Hä? Was war das, der hat sich geschnallt? Achso, oh mein Gott, hä? Hä, was ist denn das hier? Hä? Das ist aber nicht mehr TÜV-tauglich, oder? Nee, und vor allem, wieso bleibt er da hängen? Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach so modifiziert worden. Das Ding hat da einen Crash gehabt, dann dachte er, okay, mach ich mal einen Torhammer drauf. Wie er das Ding treten will, einfach instant seinen Flipflop verliert. Aber er hat den eh schon mal verloren, er hat zwei verschiedenfarbige an. Ah, okay, gestellt. Ei, ei, ei. Sie bieten ihm noch ein Tuch an. Ach, du Scheiße. Oh, die Arme, was war denn das? Oh, das war bestimmt Chayenne-Pfeffer. Oh, ich weiß nicht, was war das? Was ist denn das? Was fliegt denn da so krass raus? Kaffee, Cola, irgendwas Pulvermäßiges? Ja, Pulver, glaube ich auch. Oh mein Gott, ins Gesicht, Alter, Aua. Scheiße. Ey, die Dinger sind aber auch so damn gefährlich. Okay, nicht lachen genug, du hast schon so viele Minuspunkte. Ich hab noch gar nicht gelacht. Ja, du kannst mal auf jeden Fall nächstes Mal auch 700 Euro mitbringen direkt. Wieso? Ich hab weniger gelacht als du. Boah, creepy. Unangenehm. Unangenehm. Okay, ich darf ja nicht lachen. Das hasse ich immer so auf dem Klo. Hä, was, machen das Leute bei dir? Nein, aber ich merk's immer ganz oft, dass Frauen, es gibt immer zwei Arten von Frauen. Die Frauen, die neben mir aufs Klo gehen und pinkeln wie ein Pferd und keine Hemmung haben, den Strahl einfach loszulassen. Und Frauen, die erstmal 10 Kilo Toilettenpapier in die Toilette legen, damit man es nicht zu hart hört. Und wer davon bist du? Ich bin Nummer zwei und oft furze ich dabei und deswegen bringt's dann halt gar nichts. Ich bin diejenige, wenn ich pissen geh, dann scheiß ich einfach. Ah, ich bin schnell scheiße, weil mir merkt man gar nicht, ob ich auf Pipi machen war oder Pupi machen war. Oh, da geht's wieder los mit unseren Themen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich genieße da wirklich die Zeit, die ich dann habe für mich einfach. So ein Heimscheißer? Ja, so ein Half-Hour-Shitter. Aber kannst du auch woanders Pupi machen oder hast du damit Probleme? Boah, ich kann in jede Toilette rein shitten. Außer irgendwie so draußen an der Raststätte. Ja, dann stehe ich. Oh mein Gott, they gave him a shot at the Lottet. Wow! Oh! Platzende Flaschen, das ist auf jeden Fall so ein, davor habe ich Schiss einfach. Ja, voll. Kriegst du was ins Auge oder warst du es? Ja. Oh, was? Die können auf zwei Beinen gehen? Das ist ja fast Menschen. What? Es ist so dumm. Oh nein, oh Gott, oh Gott. Hä? Einfach badmobil, das unzerstörbar ist, what the fuck. Oh mein Gott, der fährt einfach noch weißer. Ja, ohne Fahrer aber. Nee, der saß da noch drin, oder? Sitzt der da links noch drin? Nee, der ist da raus. Nee, oh Scheiße. Nee, der steht da hinten einfach. Erklär das mal der Versicherung einfach. Aber echt, glaub dir keiner. Oh Gott, die Hölle für einen Hund. An der Arme. An der Arme. Alter, was ist das? Wie? Das ist ja voll krüßlich. Oh Gott, die greifen jetzt an. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Du fährst einfach. Du willst einfach nur nach Hause deiner Frau. Aber mal kommen so tollwütige Kühe an. Und du fährst mitten rein. Boah, wie nah der auch noch weiß. Ist weil... Boah. 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 Oh mein Gott. Was zum Teufel? Wo gibt es solche Schienen? Aber es ist real. Aber das ist ja nicht real, oder? Das funktioniert ja gar nicht, oder? Das ist wie bei dir damals in deiner Heimat. In Sachsenheim? Ja. Ja, du kommst nur mit solchen Schienen ins Urschwabendorf Sachsenheim, Leute. Schaufel mit so einem Zug nach Aachen. Nach Sachsen. Nach Sachsen. Au. Oh. Das war aber gefährlich. Das war aber echt gefährlich. Was war echt gefährlich? WTF? Dann checkt uns, dass die er gesehen hat. Ja, die und der checkt gar nicht, dass die gefilmt wurde. Stell dir vor, das sind einfach Leute, die... Oh, das sind das seine Kollegen? Nee. Nö, ich glaub, er schmeißt das einfach rein. Aua! Boah, die Lache ist aber wirklich aus der Hölle danach, oder? Kein Mensch lacht so. Jetzt mach dich schlimmer! Ich hab das geliebt. Bäm, bäm, bäm. Kommt dir so etwas bewerbes? Weißt du, was ich mir so richtig gut darin vorstellen kann, der das macht? Wieso? Nee, Maxi, oder? Ja, Maxi voll, ja! Ich kann mir richtig vorstellen, dass das so Maxis Intro ist. Ja, Maxi gut! Und der fühlt das aber auch, der macht das nicht so als Doc, der fühlt das so richtig. Kann ich mir richtig vorstellen. Ja, es fühlt es auf jeden Fall, es fühlt den Beat. Ja, war süß! Hehehehe, das tut schon so. Tju! Holy shit! Oh mein Gott! Geiler Typ einfach! Wir haben es doch voll enjoyed! Ich glaube, ich finde das richtig witzig! Alter! Wie geil! Wie cool ist dieses Teil! Ah, geil! Zeigt auch, wie ich schneller fahren kann! Geil! Stehe ich da eigentlich noch dritten in dem Video? Bestimmt! Oder? Da bist du mein Name wieder! Ja, ja! Ich zahle immer noch wirklich niemals! Ich glaube, ich schreibe dich nicht raus! Das ist ja voll gemein! Ich finde es schade, dass er so wenig Videos macht! Funny! Ja, mach mal mehr! Mach mal mehr hier! Mach mal mehr! Vielleicht motiviert den dieser Like! Also, ich will jetzt wissen, wie oft ich gelacht habe! Und nächstes Mal toppe ich das! Nicht oft! Ich habe echt nicht oft gelacht! Du hast nicht sehr oft gelacht! Ja, ja! Ich habe mich zusammengerissen! Du hast dich zusammengerissen! Aber grinsen darf man ja, ne? Grinsen zählt doppelt minus! Ich habe auch wenig gelacht! Ich glaube, ich habe zweimal gelacht oder so! Hier ist nochmal die Zahl! Du! Überhaupt nicht! Das ist die ganze Zeit rumgekichert! Ich muss wegen dir die ganze Zeit lachen! Nein! Nein, nein, nein! Das ist Thomas! Der läuft da hinten im Garten herum und lacht die ganze Zeit! Das war das Lachen! Genau! Er lacht immer nur so! Ja, genau! Das hört man da durch die Scheibe! Das klingt dann so durch die Scheibe wie meine Stimme! Ja! So, liebe Freunde! Schaut bei Gnu vorbei! Unten in der Videofragung natürlich verlinkt! Da sind auch wahrscheinlich Videos mit mir online gekommen! Das weiß ich ja nicht! Okay! Auf jeden Fall schaut bei Gnu vorbei, liebe Freunde! Und wir hören uns! Und jetzt raus! Raus hier! Raus! 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 these nosaltres von der Videofote zu byr undũng der wandschätte oder der Ja, da주 mich sehr sofort und glücklich! Rateowanie Der Pang vor dem girls. Und welche die Brüne technicians- tu bek! Off!